hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von follow 3 2022 remastered mods ich wollte gerne die wildcard haben und noch mal rauszoomen wir waren schon richtig so viel ich weiß irgendwo hier muss der hund sein ich gebe nicht auf deswegen gehen wir noch mal in die richtung aber erstmal gucke ich mein inventar stim pack haben wir genug gesund im bauch naja wir waren immer noch keine vernünftigen naja waffen ja okay dafür habe ich keine munition für die habe ich munition dafür hunting rifle sniper habe ich nicht so viele okay wir werden das kind schon schaukeln los also noch mal auf die karte geguckt also hier war ja die ruine da könnten wir eigentlich eine schnellreise machen und machen wir auch und dann ich gucke mal eben nach den ruinen müsste das dann sein sind jetzt hier also hier irgendwo in diesem radius also einfach hier durchlaufen aufpassen wieso bin ich denn hier so mittendrin ist meine markierung in die richtung habe ich dich schon wir waren richtig wir waren richtig so egal wer kommt wir achten jetzt nicht drauf ich will diesen hund haben und diesen hund gehe ich hier nicht weg so lange suchen bis wir ihn haben so lange suchen bis wir ihn haben und ich glaube ich glaube die kleinen dreiecke wir dort kennen den ort noch nicht kann das sein hier ist alles ödland hier ist nichts kein schrott platz doch dass da was ja ja ich habe es gefunden so irgendwo kommt mal hier rein hallo es ist jammerschade um diese sklaven die hätten uns in paradise falls ein hübsches sümmchen kronkorken eingebracht ja geht es noch was wird schon mehr druck ok auch noch ok irgendwo soll er hier rumflitzen naja rett ist mir egal ich will den hund haben und vielleicht ein bisschen zu suchen ein bisschen was zu suchen gibt ist aber nicht danach aus ne kann man da rein in den bus ne so jetzt ist die frage woher auf dem schrott platz verdammt ist es auch wir sind alle sind der die ist doch wie ist der Was ist los, Junge? Hast du dein Herrchen verloren? Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich habe mein Dad verloren. Oh je. Ja. Willst du mit mir kommen, Kleiner? Denn alleine hier draußen ist es gefährlich. Ich glaube, mehr gefährlich für mich als für dich. Oh, schön. Gut. Oh je. Ich gucke gleich mal, was die für Werte haben. Ich weiß es nämlich nicht. Dock mit Wistel. Pool? Ach, das will ich nicht. Ja, er hat auch eine Re-Texte. Ich glaube, der Original-Hund, der ist so wie mein Geoffrey. Und Fallout New Vegas. Komm, Junge. Wir gucken mal, ob wir noch was finden hier. Das sieht wohl nicht danach aus. Dann können wir ja endlich mit der Quest fortfahren. Na, meine Stimme schon wieder. Okay, wir gucken mal, was habe ich denn eingesammelt? Das ist besonders. Okay, Waffen mäßig. Assault-Riffle-Channis-Pistol. Ähm, kann ich ja die reparieren. Combat-Shotgun. Hunting-Riffle. Magnum-44er. Okay. Und was war da noch was von Dogmeat? Irgendwas. Worn-Bandana. Was ist ein Worn-Bandana? DM-Negg. Keine Ahnung. Okay. Also, Karte. Ich würde sagen, wir forschen jetzt erstmal ein bisschen. Wie hier. Waren ja bei den Ruinen noch gar nicht fertig zum Durchgucken. Aber, ne, wir können da hinlaufen. Ja. So. Da waren wir ja noch nicht fertig mit Gucken. Das würde ich gerne noch machen. So, wir haben einen Hund. Die Animation vom Hund. Ja. Wo ist meine Richtung? Die Richtung wieder. Mann. Da sind wir doch bestimmt schon öfters dran vorbeigelaufen hier, oder? Verdammt, bin ich blöd manchmal. Wie gesagt, wir gucken uns jetzt die Ruinen an. Vielleicht sind sie noch ein paar Raider, die wir töten können. Deren Klamotten können wir gut gebrauchen. Vielleicht finden wir ja mal eine vernünftige Rüstung. Ansonsten müssen wir eine kaufen. So. Wir sind ja bald da. Es ist schon dunkel, ne? Mal wieder. Sehe ich mal eine Uhrzeit? Äh, 19.20 Uhr, ja. Also, wir werden ein bisschen die Ruinen durchstöbern. Dann werden wir den Brief wegbringen. So, und dann... Ähm... War es nur eine? Blöde Kuh. Mist, ich komme hier nicht hoch. Der Loot ist weg. Verdammt. Egal. Keine Ahnung. Aber wir haben was anderes vor. Wir schauen uns hier um. Bethesda-Ruinen. So. Kann doch bestimmt irgendwie irgendwo hier in ein Gebäude rein. Underworks gibt es hier. Ja. Also, Bethesda-Office-Best, Bethesda-Office-East und Underwork. Dann machen wir doch so die Runde, indem wir da rein. Ja. Ob das ein Fehler ist, wollen wir dann sehen. Wir haben einen Hund. Das ist hier? Ist das hier? Ist das hier? Ja, es ist hier. Gehen wir mal rein. Ich habe ja jetzt eine Hund. Okay. Habe ich nicht etwas, was ein bisschen leiser ist? Ein Schalldämpfer? Nein. Nein. Aber... Aber... Die Sniper benutze ich bestimmt nicht. Weil die verschießt so viele Kugeln. Ach, egal. Nicht den Hund. Oh, da sind noch mehr. Lass meinen Hund hinüber. Oh, die haben alle Geld dabei. Ist ein Koffer? Ist nichts drin. Oh, Tinktan. Lea, Nuka Cola. Oh. Und eine Quanto. Bottle Cup und Wonder Glue. Was? Milkbottle. Ja. Teddy. Weiter geht's. Bobby Pin. Baseball bauen wir nicht. Ach, ich hab's schon nicht an. Da muss ich mir auch erst gewöhnen. Okay. Da ist sehr viel red. Sehr viel red. Okay, gehen wir da weiter. Oder geht mal runter. Oh. Ein Lächeln. Hilfe, ich bin runtergefallen. Hilfe, ich bin runtergefallen. Was hast du für mich? Garton of Cigarettes. Von da sind wir gekommen. Ich bin einfach runtergefallen. Okay, wo wollte ich denn jetzt entlang? Das geht ja nur runter. Da oder da? Guck, ist wie gesprungen. Ach, die leuchten dann. Können die auch hier die... Ach, so am leuchten. Da gehen wir nicht entlang. Geh mir doch hier runter. Ne, wo war denn die Treppe da? Ganz schön gruselig. Okay. Da hat schon ein Buch. Was tue ich hier eigentlich? Also, habe ich hier oben bleiben können? Das Licht ist auch nicht sehr hilfreich. Da geht's nirgends wohin. Da ist so viel Red. Da geht's nun wieder hoch. Ne, sonst ist hier nirgends. Rein in die Zuge kann man nicht. Ist hier noch was? Ich brauche Muni und so. Ein bisschen eine gute Rüstung. Ne, Axt. Firehose-Nosel. Ach, nimm mit. Ich kann, glaube ich, mit dem Hund. Oh, dass er mir was trägt, ne? Komm. Vorsicht. Ach, habe ich mich erschrocken. Ich erschrocken mich noch von meinem eigenen Schatten. Ja. Gucken wir mal, wo wir hier landen. Eve-Blower. Ich weiß nicht, was es heißt auf Deutsch. Babala-Nuka. Cola. Splitter-Granaten. Paintgun braucht man nicht. Lunchbox. Warum habe ich die mitgenommen? Der Barbar, sehr gut. Schrott-Patronen. So, dann hätte ich gerne noch eine Waffe. Wenn diese Schlosser knacken wird, ich komme noch mal hier hin. Man, no. Hey, geht das? Ne, ne, das ging erst ab vor Ort hier. Was heißt Hill-Boy? Stay Hill-Boy, don't move until I come back. Let me take a look at your equipment. Ah, doch. Find Armour-Boy, find Shams, find some food. Ah, danke. Gut, hast du das geöffnet, dann können wir dir... Dock mit Wiesel, was ist denn das? Bei Kleidung ist das okay. Das kannst du haben. Immer alles, was ich nicht brauche. Das verkaufen wir einfach alles wieder. Falsch, no Ring-Trader-Outfit. Let's go, Paul. So, bei Kleidung, was ist denn das? Dock mit Wiesel, verdammt. Nein, schon gut, schon gut, schon gut, schon gut. Okay. Warte geht's und... Von das haben wir gekommen. Okay. Geht es da runter? Die kann man noch nicht viel pflücken, nein. Ich weiß nicht, was ich da einsamme. Da geht es hoch. Bier. Okay, ein Bier nehmen wir mit. Was ist hier sonst noch was? Ich gucke einfach mal. Zweierkugel. Waff out. Gut. Sie haben sich eine Strahlenvergiftung zugezogen. Suchen Sie einen Arzt auf oder nehmen Sie Redaway ein, um eine Strahlenbelastung zu verringern. Sie können sich im Voraus schützen, indem Sie... Ja, das weiß ich ja. Das war mir jetzt völlig wurscht. Jetzt gucken wir, wenn wir schon Strahlenvergiftung haben. Okay. Da ging es nicht weiter. Wir müssen also die Leiter da hoch. Unternehmel, all the way. Gut. Das ist... Ja. Ich glaube, wir waren dann hier unten fertig. Okay, Karte. Dann gehen wir doch mal hier zu... Ja. Zu den Office. Vielleicht gibt es ja da noch was. Natürlich dunkel. Ach ja, und aufpassen hier, Usamin. Hier nicht noch ein Arm. Tick, tick, tick. Hier. So, ich würde aber mal sagen, ich mache mal einen Speicherpunkt. So. Und dann beende ich auch den Part. Im nächsten Part gehen wir da rein. Oh doch, Miet. Oh, ich bin so happy, ich habe den Hund gefunden. Deswegen traue ich mich auch hier nachts rumzulaufen. Ja. Dann würde ich aber sagen, beende ich den Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentare, Tipps und Tricks wie immer. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin. Adios. D Aerometrist. Ja. D mundial. D nim ist Yep. Hier ist. Vielen Dank.